Ho! Häuptling wackelnde Feder warten, bis seine Seele ankommt. Hätte Häuptling wackelnde Feder die ÖBB genommen, wäre seine Seele heute noch unterwegs. Wie nennt man eine dicke Vegetarierseele? Biodonne. Na schau mal, die schaut schon ganz böse. Das kann er jetzt nicht laut sagen. Na keine Angst, gnädige Frau, sie kommen in den sexuellen Gedanken ihres Mannes nicht vor. Oder sag mal, einem Single finde dich selbst. Wenn ein Single sich selber findet, wer soll ihn dann noch suchen? Alkohol vernebelt total den Zugang zur geistigen Welt. Im Gegenteil, nach dem dritten Stamperl sie ist von jedem das zweite Ich. Da laufen sie lieber zum Buddha. Ich bleib beim Jesus, den muss man unterstützen, der ist aus der Region. Der ist doch nicht aus der Region. Der ist aus Israel. Der hat Migrationshintergrund. Jetzt werden die einen oder anderen unter Ihnen sagen, ja, ja, das kenne ich, Erleuchtung nach dem Sex. Das ist der Moment, wo ich das Licht wieder anmache. Männliches Prinzipib, der Liebe, schmeißen Sie die Schüssel aus dem Fenster. Gehen Sie zu Bett. Spüren Sie die spirituosen Energien. Und pfeifen Sie auf den Liebeskuchen. Alles auf der Welt besteht aus Energie, Energie, Energie. Alles auf der Welt besteht aus Energie. Überall ist sie. Höchstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlöckstlö